Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, in der vergangenen Folge haben wir ein wenig über die KI-Revolution in der Gastronomie gesprochen und ich habe mir gedacht, ja, jetzt hast du viel darüber geredet, viel über Künstliche Intelligenz und über das Thema, aber fragen wir sie doch mal selber. Was sagt denn die Künstliche Intelligenz? Wie wird sie die Gastronomie revolutionieren? Ja, und die letzte Folge, die kam bei euch ganz gut an. Nicht nur, dass ganz, ganz viele von euch reingehört haben, sondern es kam auch zum Austausch. Ich habe viel Feedback bekommen, Kommentare, Likes und natürlich aber auch Ängste und Sorgen, die mitgeteilt wurden. Es wurden Fragen gestellt und ja, daher habe ich mir überlegt. Eine weite Folge zum Thema zu machen und ja, die KI einfach mal selbst zu Wort kommen zu lassen. Aber dazu gleich mehr. Vorher noch ein Thema, was ich gerne mal ganz aktiv ansprechen möchte, weil ich glaube, da habe ich noch nie so direkt drüber gesprochen. Ihr wisst ja, dass der Küchenherde-Podcast unabhängig ist. Da steht kein Hersteller hinter oder er wird auch nicht von irgendwem finanziert, sondern da stehe nur ich hinter, Markus Wessel. Ja, und mittlerweile sind es schon über 190 Folgen. 190 Folgen und das macht mich wirklich unheimlich stolz. Einmal, dass ich die ganze Zeit, also jetzt fast sechs Jahre lang, im Januar wird der Küchenherde-Podcast sechs Jahre alt, dass ich die ganze Zeit drangeblieben bin. Aber das auch nur durch euren Support. Dadurch, dass ihr den Küchenherde-Podcast hört, weiterempfehlt, liked und so weiter und so fort. Ja, das gibt mir natürlich die Bestätigung weiterzumachen. Die Bestätigung, dass euch der ein oder andere Impuls weitergeholfen hat und ja, ihr was in eurem Betrieb umsetzen konntet oder lernen konntet. Ja, und auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass 190 Folgen knapp 190 Tage Arbeit bedeuten. Und das ist fast ein ganzes Jahr Arbeit. Tage, an denen dann nicht wirklich viel Geld verdient wird. Und daher, und das habt ihr bestimmt schon das ein oder andere Mal gehört im Küchenherde-Podcast, gibt es bei manchen Folgen Sponsoring-Partner, die das ganze Projekt ein wenig subventionieren und Teil der Podcast-Folge werden. Und deswegen der Appell an euch, wenn ihr mal einen spannenden Partner für eine Podcast-Folge kennt, dann freue ich mich, wenn ihr mich weiterempfehlt, den Küchenherde-Podcast weiterempfehlt oder vielleicht auch direkt connectet. Und wenn ihr euch sonst noch fragt, wie kann ich dem Markus vielleicht irgendwas Gutes tun? Erzählt einfach euren Bekannten, euren Freunden vom Podcast und empfiehlt ihn gerne weiter. Und ich freue mich darüber, wenn ihr bei Spotify, Google, iTunes eine Bewertung hinterlasst und wenn ihr auf Abonnieren klickt. Das kostet absolut kein Geld und es hilft mir und dem Podcast ungemein. Ja und ich habe gerade davon gesprochen, dass die letzte Folge ziemlich gut angekommen ist und für diejenigen von euch, die die Folge noch nicht gehört haben, es geht, na klar, ums Thema Künstliche Intelligenz, KI-Revolution in der Gastronomie. Wir sprechen die drei Phasen, die es benötigt, bis sich die KI etabliert hat. Wo stehen wir gerade und ja, was ist die nächste Phase? Wo legen wir los? Wir sprechen darüber, wo legen wir los und was sind so die Risiken von Künstlicher Intelligenz? Wo müssen wir unsere Lauscherchen aufstellen und gucken, hören, gucken und genau, hören und gucken, was denn da an Risiken und Herausforderungen auf uns zukommt, damit wir nicht völlig blauäugig und naiv in diese ganze Geschichte reinrennen. Ja und heute, Teil 2, tauchen wir wieder ein in die faszinierende Welt der Künstlichen Intelligenz und erkunden, wie sie die Gastronomiebranche, die beste Branche der Welt, revolutionieren könnte. Und ich habe heute, ich hatte es ja vorhin schon kurz angeteasert, die einzigartige Gelegenheit, ein Interview mit Claude zu führen. Einem fortschrittlichen KI-Assistenten, der auf einem Large Language Model, also Abkürzung LLM, basiert. LLM sind hochkomplexe KI-Systeme, die riesige Mengen an Textdaten verarbeiten und verstehen können. Dazu komme ich aber gleich noch ein bisschen genauer, da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ja, sie eröffnen völlig neue Möglichkeiten in der Datenanalyse, Kundeninteraktion und Prozessoptimierung. Aber dazu fragen wir Claude gleich selber. Und jeder von euch hat sicherlich bereits mit ChatGPT gearbeitet, ob jetzt beruflich oder privat. Und ChatGPT ist quasi das Pendant, der Kollege von Claude. Ja, und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gastronomie verspricht enorme Potenziale. Von personalisierten Menüempfehlungen über effizienteres Bestandsmanagement bis hin zu innovativen Kundenerlebnissen. Und in unserem Gespräch werden wir diese Chancen beleuchten, aber auch kritische Fragen zu Ethik und Implementierung nicht außer Acht lassen. Also lasst uns gemeinsam erkunden, wie künstliche Intelligenz die Zukunft der Gastgeberbranche gestalten könnte. Aber lasst uns kurz vorher, bevor wir Claude jetzt gleich zum Interview bitten, einmal kurz in den Helikopter steigen. Einmal hochfliegen und alles aus der Helikopterperspektive betrachten. Was steckt in dem ganzen Thema eigentlich für ein Potenzial? Und in den unterschiedlichen Regionen und Ländern werden unterschiedliche Potenziale prognostiziert. Also bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Länder wird zum Beispiel für Nordeuropa eine Leistungssteigerung von 9,9% prognostiziert. Für Nordamerika 14,5% und China 26,6%. Wirtschaftliche Leistungssteigerung. Durch künstliche Intelligenz oder mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, mit der Nutzung von Tools, mit AI-Tools. Ja, warum ist da so eine Gap? Warum ist das so unterschiedlich? Einfach, weil China es nicht so streng nimmt mit dem Thema Datenschutz. Und da geht es ja um ganz, ganz viele Daten und die dann genutzt werden, ausgewertet werden und so weiter und so fort. Und deswegen hat da China einen erheblichen Vorteil uns gegenüber. Aber trotzdem, wenn wir bei diesen 9,9% für Nordeuropa bleiben, stell dir doch mal vor, du machst jetzt auf einmal 9,9% mehr Umsatz. Nur weil du diese Tools nutzt. Oder du reduzierst deine Kosten um 10%. Das ist doch schon mal ein Mega-Impact. Vor kurzem ein ganz spannendes Interview im Handelsblatt und zwar mit der US-Futurologin Amy Webb. Und Amy Webb sprach darüber in dem Interview, dass gesellschaftliche Spaltungen zukünftig anders aussehen werden. Ja, dass es nicht mehr anhand sozialer Schichten oder geografischer Linien, ich lebe in dem Land und du wohnst in dem Land, Spaltungen geben wird. Und sie sagt, diejenigen, die diese Technologie jetzt schnell erlernen und nutzen, werden in der Welt von morgen einen ebenso enormen Startvorteil haben, wie zum Beispiel Kinder, die in eine reiche Familie hineingeboren wurden. Und wenn das wirklich so ist, dann bietet das auf der anderen Seite, neben dieser Spaltung, natürlich wieder eine gewisse Gleichheit. Jeder startet mit den gleichen Rahmenbedingungen und keiner ist privilegierter als sein Gegenüber. Ja, Potenziale sind auf jeden Fall da. Wir müssen sie nur nutzen. Und jetzt lasst uns mal kurz über meinen heutigen Interviewgast sprechen. Mein Interviewgast heißt Claude, ja, Pendant zu Gemini von Google, ChatGPT. Und das sind jeweils Large Language Models. Und die basieren auf einer Fülle an Wissen. Und ich möchte euch einmal ganz kurz erklären, was ein Large Language Model ist. Und zwar ist das ein Sprachmodell, was dazu in der Lage ist, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Punkt 1. Und wenn wir uns fragen, woraus wird denn so ein Large Language Model gemacht? Grundsätzlich aus drei Elementen. Erstens aus einem neuronalen Netzwerk kann man vergleichen, wie mit dem, was in unserem Gehirn passiert, beziehungsweise wie unser Gehirn vernetzt ist. Das zweite ist Trainingsdaten. Und das dritte sind Parameter. Ganz einfach. Also beim neuronalen Netzwerk, das bildet sozusagen die Grundstruktur. Und lernt und verarbeitet Daten und Informationen durch diese Trainingsdaten. Diese Trainingsdaten, die wir dem Large Language Model geben. Ja, und dieses neuronale Netzwerk, das nutzt drittens diese Parameter, um Aspekte der Information zu gewichten. Also ist das jetzt wichtig, ist das nicht wichtig, kann das weg. Und ja, um dadurch Entscheidungen zu treffen. Grundsätzlich kann man das vergleichen mit der Situation, wenn wir ein Buch lesen. Das funktioniert ähnlich. Wir merken uns ja auch nicht Wort für Wort in diesem ganzen Buch, sondern die Inhalte. Und können im Anschluss das Buch sinngemäß zusammenfassen, wenn es gut gelaufen ist. Ja, und die Inhalte wiedergeben. Und nacherzählen. Und die Informationen in dem Buch werden von uns dann auch gewichtet. Also anhand dieser Parameter. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was kann weg. Wir setzen alles, was wir gelesen haben, in den Kontext zu allem, was wir in unserem Leben bisher gelernt oder erfahren haben. Und so können wir in etwa das Training eines Sprachmodells, können wir uns vorstellen. Ich kann mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich denke, danach seid ihr absolut mit dem Boot. Wenn ich euch ganz kurz erkläre, wie so ein Large Language Model, das darf ich keine zehnmal mehr sagen. Sonst, das kriege ich nicht unfallfrei über die Bühne. Also, wie entsteht so ein LLM? Erstens, es werden sehr viele Texte aus dem Internet extrahiert und zur Verfügung gestellt. Ein Beispiel, das war bei Lama von Meta. Da waren das circa zehn Terabyte Texte. Und wenn man das irgendwo, das ist schwierig zu greifen, wenn man das irgendwo verbildlichen möchte, das entspricht etwa zehntausend kleineren LKWs, die voll mit Büchern sind. Und diese zehn LKWs fahren jetzt ins Trainingslager. Und dieses Trainingslager, das besteht aus leistungsstarken Rechenzentren mit Superprozessoren und so weiter, was man sich eigentlich nicht alles vorstellen kann. Und im Fall von Lama, dem Large Language Model von Meta, wurden diese ganzen Texte zwölf Tage lang gelesen und gelernt. Ja, und drittens, am Ende dieses Trainings fahren dann von diesen zehntausend kleinen LKWs nur noch hundert LKWs von der Bühne. Die sind immer noch voller Bücher, aber alles komprimiert und verlassen das Trainingslager. Und diese Bücher wurden in diesen zwölf Tagen sozusagen gelesen und zusammengefasst. Und dann durch die Parameter gewichtet, also die wichtigsten Erkenntnisse und Zusammenhänge, sind dann zusammengefasst wie in so einer Art ZIP-Datei. Okay, genau, und das ist ein Large Language Model, so entsteht das. Und diese 10 Terabyte, diese 10.000 LKWs mit Büchern, es ist ja echt schwer, sich das vorzustellen. Daher setzen wir das jetzt einmal in Relation zu etwas, was wir uns vielleicht ein bisschen besser vorstellen können. Und zwar hört ein Mensch in seinem Leben rund eine Milliarde Wörter. Und wenn ein Mensch 24-7, also wirklich sieben Tage sein ganzes Leben lang, lesen würde, von Beginn bis Ende, würde er insgesamt 8 Milliarden Wörter lesen. Und das wäre quasi unsere Trainingsgrundlage. Und die heute leistungsfähigsten Large Language Models lesen in diesem Training knapp 8 Billionen Wörter in weniger als einem Monat. Also könnt ihr euch jetzt quasi vorstellen, was da für Wissen, Information in diesen Dingern gespeichert ist. Ja, jetzt wissen wir, wie es entsteht, aber wie funktioniert denn so ein Large Language Model? Ja, wie zum Beispiel ChatGPT, Claude und so weiter und die ganzen Kollegen. Und das kann man sich so vorstellen, das funktioniert ähnlich wie diese Auto-Suggestion-Funktion beim SMS-Schreiben oder googeln, wo so eine Auto-Vervollständigung kommt. Und wenn wir bei Google beispielsweise, bleiben wir mal dabei, wenn wir dort Gastronomie eingeben, kommen ja automatische Vorschläge. Wie zum Beispiel Gastronomie, Punkt, 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 in der Nähe. Gastronomie, Punkt, 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 Köln und so weiter und so fort. Da werden Wörter vorgeschlagen und da ist das Parameter die Häufigkeit. Wie häufig haben andere Menschen diese Wörter eingegeben und gegoogelt? Und dieses Grundprinzip funktioniert bei einem LMM, LLM, so ähnlich. Dort wird aber nicht nur ein Parameter, also diese Häufigkeit genutzt, sondern mehrere Parameter und eine super komplexe Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die kann ich euch leider nicht erklären, dafür brauchen wir einen anderen Podcast. Ja, aber ganz viele verschiedene Aspekte werden in Kontext zueinander gebracht und das wahrscheinlichste Wort wird dann generiert. So, ich hoffe, das ist mir gelungen, das ganze Thema so greifbar und anfassbar wie möglich zu erklären. Und jetzt sind wir aber durch mit dem Theorie-Teil und jetzt lasst uns doch einmal mit dem Hauptakteur in dieser heutigen Folge sprechen. Mein heutiger Interviewgast ist Claude. Claude, hatte ich ja schon erwähnt, ist das Pendant zu ChatGPT. Und Claude und ich, wir sind quasi täglich zusammen und arbeiten zusammen. Ich nutze ihn regelmäßig für Social Media, für Podcast-Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Und daher kennen wir uns jetzt schon mittlerweile ganz gut. Und warum ich Claude nutze und nicht ChatGPT? Ganz einfach, ich finde, man kann bei Claude gemeinsame Projekte anlegen. In diesen Projekten kann ich Hintergrundinformationen einfügen, Dateien, Word-Dateien, PDF-Dokumente, whatever, egal, das lade ich hoch. Dann weiß Claude schon mal Bescheid, okay, hier drum geht's. Und dann kann ich dieses ganze Projekt mit ihm bearbeiten und er greift immer, setzt immer diese Grundinformationen als Kontext, als Grundlage. Und ich finde das Design gut und ja, deswegen habe ich mich für Claude entschieden. Es ist einfach, finde ich, übersichtlicher. Ich packe den Link zu Claude, wenn ihr euch den mal anschauen wollt, in die Shownotes. Und für alle, wenn wir jetzt gerade bei Shownotes sind, für alle von euch, die nicht nur im Thema bleiben wollen, sondern wirklich einen Schritt weiter mehr gehen wollen, die berühmte Extrameile. Ab 2025 gibt es bei mir eine Ausbildung, eine Ausbildung zum Digital Professional. Also werdet du oder einer deiner Mitarbeiterinnen, Experte bei den Themen künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Robotics in der Gastronomie. Ich werde in diesem Kurs, werde ich mein ganzes Know-how teilen, damit ihr diese Themen für euren Betrieb im Fokus habt und nicht von diesem KI-Zug überrollt werdet. Also seid einer der Ersten und tragt euch auf die Warteliste ein und erhaltet als erster Informationen zum Kurs. Den Link zum Kurs, den findet ihr ebenfalls in den Shownotes oder unter küchenherde.com-alle-links. So, jetzt aber. Lasst uns loslegen. Ja, anmerken möchte ich aber vorher, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich keine der Antworten von Claude abgeändert oder bearbeitet habe. Also ist es völlig 100% genauso, wie Claude geantwortet hat. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Claude. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute über dieses spannende Thema zu sprechen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Anmoderiert habe ich dich schon. Die Leute wissen ganz genau, wer du bist, wo sie dich finden. Und ich starte mal mit der ersten Frage. Wie kann künstliche Intelligenz die Effizienz in Restaurants verbessern? Ganz grundlegend. KI bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Effizienz in Restaurants ganzheitlich zu steigern. Beginnen wir im Frontbereich. KI-gestützte Bestellsysteme können Bestellungen schneller und genauer aufnehmen, sei es über Tablets am Tisch oder Spracherkennung. Dies reduziert Fehler und beschleunigt den Service. Im Bereich Tischmanagement kann KI optimale Sitzpläne erstellen, die den Gästefluss verbessern und die Auslastung maximieren. Dabei berücksichtigt sie Faktoren wie Gruppengröße, Reservierungen und typische Verweildauern. Für das Personalmanagement können KI-Systeme präzise Personaleinsatzpläne erstellen, basierend auf historischen Daten zu Kundenaufkommen, Wetter und lokalen Ereignissen. Dies stellt sicher, dass immer die richtige Anzahl Mitarbeiter zur Verfügung steht. In der Küche optimiert KI, wie bereits erwähnt, Arbeitsabläufe und Zubereitungszeiten. Zusätzlich kann sie bei der Menüplanung helfen, indem sie Trends analysiert und Gerichte vorschlägt, die Zutaten optimal nutzen und gleichzeitig auf Kundenpräferenzen abgestimmt sind. Im Bereich Lagerhaltung und Einkauf kann KI den Bedarf präzise vorhersagen, automatisch Nachbestellungen auslösen und Lieferanten vergleichen, um Kosten zu senken und Frische zu gewährleisten. Nicht zuletzt kann KI das Marketing verbessern, indem sie personalisierte Angebote erstellt, den besten Zeitpunkt für Werbekampagnen ermittelt und Kundenfeedback analysiert, um kontinuierliche Verbesserungen anzustoßen. All diese Aspekte zusammenführen zu einem effizienteren, wirtschaftlicheren und kundenorientierteren Restaurantbetrieb. Du hast jetzt gerade Marketing angesprochen und ich glaube, beziehungsweise glaube ich das nicht nur, sondern habe es vor kurzem, wo habe ich das gelesen, ich glaube in einem Videokurs oder so, da haben die gesagt, 95% vom digitalen Marketing kann in Zukunft über eine künstliche Intelligenz abgebildet werden. Wie siehst du das? KI hat definitiv das Potenzial, einen Großteil des Restaurantmarketings zu übernehmen oder zumindest stark zu unterstützen. Sie kann Kundendaten analysieren, personalisierte Angebote erstellen, den besten Zeitpunkt für Werbekampagnen ermitteln und sogar Inhalte für soziale Medien generieren. Allerdings würde ich vorsichtig sein, eine so hohe Zahl wie 95% zu nennen. Hier sind ein paar Gründe. 1. Lokale Expertise Restaurants profitieren oft von lokalem Wissen und persönlichen Beziehungen, die KI schwer erfassen kann. 2. Kreativität Einzigartige kreative Marketingideen kommen oft von Menschen, die ihre Umgebung und Kultur intuitiv verstehen. 3. Authentizität Gäste schätzen authentische, menschliche Interaktionen, besonders in den sozialen Medien. 4. Anpassungsfähigkeit Unerwartete lokale Ereignisse oder Trends erfordern oft schnelle, kreative Reaktionen, die KI möglicherweise nicht leisten kann. 5. Emotionale Intelligenz Marketing in der Gastronomie spielt oft mit Emotionen und Erlebnissen, was menschliches Einfühlungsvermögen erfordert. Ich denke, realistischer wäre es zu sagen, dass KI einen großen Teil der Routineaufgaben und datengesteuerten Aspekte des Marketings übernehmen könnte. Vielleicht 70 bis 80 Prozent. Der Rest wird wahrscheinlich weiterhin menschliche Kreativität und lokales Gespür erfordern. Okay. Wie können künstliche Intelligenz, also KI-gestützte Chatbots, die Kundenbetreuung, die Gästebetreuung und Reservierung in Restaurants unterstützen? KI-Chatbots können die Kundenbetreuung und das Reservierungsmanagement in Restaurants revolutionieren. Sie sind 24-7 verfügbar und können sofort auf Kundenanfragen reagieren, was besonders außerhalb der Öffnungszeiten nützlich ist. Bei Reservierungen können Chatbots komplexe Buchungssysteme verwalten, freie Tische in Echtzeit anzeigen und sogar personalisierte Empfehlungen basierend auf früheren Besuchen geben. Sie können auch spezielle Wünsche oder Allergien erfassen und an das Restaurant weiterleiten. In der Kundenbetreuung können Chatbots häufig gestellte Fragen beantworten, Menü-Informationen bereitstellen und sogar bei Beschwerden erste Lösungsansätze bieten. Dies entlastet das Personal und verbessert die Kundenzufriedenheit durch schnelle Antworten. Noch ein ganz wichtiges Thema. Welche Rolle spielt denn KI bei der Analyse von Kundenfeedback und der Verbesserung der Servicequalität? KI spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse von Kundenfeedback und der Verbesserung der Servicequalität. Sie kann große Mengen an Bewertungen und Kommentaren schnell verarbeiten und dabei Stimmungen, wiederkehrende Themen und Trends erkennen. KI ermöglicht es, Feedback in Echtzeit zu analysieren und sofort auf negative Erfahrungen zu reagieren. Sie kann auch personalisierte Empfehlungen zur Serviceverbesserung geben, basierend auf individuellen Kundenpräferenzen. Ein großer Vorteil ist die Fähigkeit der KI, Muster zu erkennen. Sie kann zum Beispiel aufzeigen, dass viele Gäste die Wartezeiten an bestimmten Tagen bemängeln oder ein spezielles Gericht besonders häufig loben. Letztendlich hilft KI dabei, Schwachstellen im Service zu identifizieren und gezielte Verbesserungsmaßnahmen vorzuschlagen. Sie ist ein mächtiges Werkzeug, um die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu steigern und den Service zu optimieren. Die nächste ganz spannende Frage finde ich, weil ich stoße da tagtäglich in meinem Tun, in der Beratung, in den Gesprächen mit Gastgeber und Gastgeberinnen auf diese Herausforderung. Und ich bin mal gespannt, wie du das beurteilst. Welche Herausforderung siehst du bei der Implementierung von KI-Lösungen in kleinen und mittelständischen Gastronomiebetrieben? Bei der Implementierung von KI-Lösungen in kleinen und mittelständischen Gastronomiebetrieben gibt es einige bedeutende Herausforderungen. Erstens sind da die Kosten. Hochentwickelte KI-Systeme können teuer in der Anschaffung und Wartung sein. Für viele kleinere Betriebe ist das eine erhebliche finanzielle Hürde. Zweitens fehlt oft das technische Know-how. Nicht jeder Gastronom ist ein IT-Experte. Die Einführung und Nutzung von KI-Systemen erfordert spezifische Kenntnisse, die erst aufgebaut werden müssen. Drittens gibt es Bedenken bezüglich der Datensicherheit. KI-Systeme arbeiten mit sensiblen Kunden- und Geschäftsdaten. Deren Schutz muss gewährleistet sein, was für kleinere Betriebe eine Herausforderung darstellen kann. Viertens besteht die Gefahr der Überautomatisierung. Gerade in der Gastronomie ist der persönliche Touch wichtig. Es gilt, die richtige Balance zwischen Effizienz und persönlichem Service zu finden. Zuletzt gibt es oft Widerstände im Team. Mitarbeiter könnten sich durch die neue Technologie bedroht fühlen. Hier ist gutes Change-Management gefragt. Trotz dieser Herausforderungen bietet KI auch für kleinere Betriebe großes Potenzial. Es geht darum, die richtigen, maßgeschneiderten Lösungen zu finden. Unser heutiger Sponsoring-Partner ist Resch und Frisch. Vielen Dank für euren Support. Wisst ihr, als ich noch Betriebsleiter war, hatte ich oft schlaflose Nächte wegen der Herbst- und Wintersaison. Wie plant man am besten? Wie vermeidet man Verschwendung? Und vor allem, wie zaubert man mit begrenzten Ressourcen ein vielfältiges Angebot, um damit einen guten Umsatz zu erzielen? Ja, Resch und Frisch waren damals für mich die Lösung, als hätte jemand mein Jammern erhört. Was mich besonders begeistert, ihr müsst kein Backkünstler sein, kein Konditor. Ich bin es definitiv nicht. Ich denke, die meisten von euch wissen es. Von knusprigen Brezen bis hin zu verführerischen Zwetschenkuchen gibt es einiges im Angebot. Und mit den Tipps und Tricks von Resch und Frisch konnte selbst ich plötzlich beeindruckende Kreationen zaubern. Ja, und das Beste, keine Speisereste mehr. Ich musste nichts wegschmeißen. Ihr backt nur, was ihr braucht. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern natürlich auch das Klima. Jetzt, nach der Biergartenzeit, wo der Herbst vor der Tür steht, ja eigentlich ist er ja schon voll da, ist der perfekte Zeitpunkt, um euer Geschäft weiter anzukurbeln. Egal, ob ihr euch auf die Weihnachtsfeiern vorbereitet oder einfach euer tägliches Angebot aufpeppen wollt, Resch und Frisch hält für euch einiges bereit. Wollt ihr wissen, wie ihr die Herbstsaison rocken könnt? Dann schaut mal hier vorbei. resch-frisch.com Schrägstrich Gastronomie Schrägstrich So minus funktioniert's Den Link findet ihr auch in den Shownotes und da findet ihr alle Infos und auch jede Menge Inspirationen. Macht es euch leichter und lasst die Profis von Resch und Frisch einen Teil der Arbeit übernehmen. Eure Gäste und euer Stresslevel werden es euch danken. Ja, du hast gerade das Thema Datensicherheit angesprochen. Welche ethischen Fragen ergeben sich beim Einsatz von KI in der Gastronomie, also besonders im Hinblick auf Datenschutz und Arbeitsplätze? Das ist in der Tat eine wichtige Frage. Der Einsatz von KI in der Gastronomie bringt einige ethische Herausforderungen mit sich. Beim Datenschutz müssen wir bedenken, dass KI-Systeme oft mit großen Mengen an Kundendaten arbeiten um personalisierte Erlebnisse zu schaffen. Restaurants müssen sicherstellen, dass diese Daten sicher gespeichert und verantwortungsvoll genutzt werden. Es muss Transparenz darüber herrschen, welche Daten gesammelt werden und wie sie verwendet werden. Bezüglich der Arbeitsplätze gibt es Bedenken, dass KI menschliche Arbeitskräfte ersetzen könnte. Es stimmt, dass einige Routineaufgaben automatisiert werden könnten. Allerdings sehe ich KI eher als Unterstützung für Mitarbeiter, nicht als Ersatz. Die Herausforderung liegt darin, Mitarbeiter für den Umgang mit KI-Systemen zu schulen und neue Rollen zu schaffen, die die menschliche Kreativität und Empathie mit KI-Effizienz kombinieren. Restaurants müssen auch die ethischen Implikationen von KI-gesteuerten Entscheidungen berücksichtigen. Wenn beispielsweise ein KI-System über Preise oder Sonderangebote entscheidet, muss sichergestellt werden, dass dies fair und diskriminierungsfrei geschieht. Letztendlich geht es darum, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der die Vorteile der KI nutzt, ohne dabei ethische Grundsätze und menschliche Werte zu vernachlässigen. Und jetzt wahrscheinlich die wichtigste Frage von allen. Wie wird sich die Rolle der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Restaurants durch den zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern? Die zunehmende Nutzung von KI in Restaurants wird die Rolle des Personals sicherlich verändern, aber nicht unbedingt ersetzen. Hier sind einige wahrscheinliche Entwicklungen. Erstens werden viele Routineaufgaben automatisiert. Bestellaufnahme, Abrechnung oder einfache Kundenanfragen könnten verstärkt von KI-Systemen übernommen werden. Das Personal wird dadurch frei für komplexere, zwischenmenschliche Aufgaben. Zweitens wird sich die Rolle des Servicepersonals mehr zum Erlebnismanager entwickeln. Sie werden sich darauf konzentrieren, besondere Momente für Gäste zu schaffen und persönliche Empfehlungen zu geben. Dinge, die KI nicht leicht replizieren kann. Drittens werden technische Fähigkeiten wichtiger. Mitarbeiter müssen lernen, mit KI-Systemen umzugehen und deren Erkenntnisse zu nutzen, um den Service zu verbessern. Viertens könnte sich die Personalstruktur verändern. Möglicherweise werden weniger, dafür höher qualifizierte Mitarbeiter benötigt, die die Schnittstelle zwischen Technologie und Gast bilden. Letztlich geht es darum, dass Menschen und KI zusammenarbeiten, um das bestmögliche Gasterlebnis zu schaffen. Die menschliche Note in der Gastronomie wird meiner Meinung nach unverzichtbar bleiben. Auch eine ganz spannende Frage. Was denkst du, welche innovativen KI-Anwendungen könnten in Zukunft das Restaurant-Erlebnis revolutionieren? Innovative KI-Anwendungen könnten das Restaurant-Erlebnis in Zukunft auf faszinierende Weise verändern. Hier einige spannende Möglichkeiten. Personalisierte Menüs in Echtzeit. KI könnte basierend auf deinen früheren Besuchen, Vorlieben und sogar aktuellen Gesundheitsdaten ein maßgeschneidertes Menü erstellen. Augmented Reality Speisekarten Stell dir vor, du siehst durch dein Smartphone oder eine AR-Brille 3D-Modelle der Gerichte auf deinem Tisch, bevor du bestellst. KI-gesteuerte Ambienteanpassung Beleuchtung, Musik und sogar Düfte könnten sich automatisch an die Stimmung und Vorlieben der Gäste anpassen. Vorhersagebasierte Küche KI könnte Trends und Wetter analysieren, um vorherzusagen, welche Gerichte an einem bestimmten Tag gefragt sein werden, was Frische und Effizienz steigert. Roboterköche und Barkeeper Für bestimmte Aufgaben könnten Roboter eingesetzt werden, die präzise und konsistent arbeiten. Emotionserkennungsfeedback Kameras mit KI könnten die Reaktionen der Gäste auf Speisen analysieren, um das Angebot kontinuierlich zu verbessern. Letztendlich geht es darum, Technologie so einzusetzen, dass sie das menschliche Element ergänzt und nicht ersetzt. So und jetzt werde ich mal ein bisschen frech. Meine These lautet In Zukunft können 8 von 10 Tätigkeiten in der Gastgeberbranche von Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Robotics übernommen werden. Wie siehst du diese These? Was hast du dazu? Das ist eine provokante und interessante These. Lass mich diese aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zunächst einmal ist es wichtig anzuerkennen, dass Technologie, insbesondere KI, Robotik und Digitalisierung, tatsächlich ein enormes Potenzial hat, viele Aufgaben in der Gastronomie zu übernehmen oder zumindest stark zu unterstützen. Deine Einschätzung von 8 von 10 Tätigkeiten ist nicht unrealistisch, wenn wir uns die technologischen Entwicklungen der letzten Jahre ansehen. Bereiche, in denen wir bereits jetzt oder in naher Zukunft starke Automatisierung sehen könnten, sind 1. Bestellaufnahme und Verarbeitung 2. Inventarmanagement und Nachbestellungen 3 Grundlegende Zubereitungsschritte in der Küche 4 Reinigung und Hygiene 5. Tischmanagement und Reservierungen 6. Buchhaltung und Finanzverwaltung 7. Personaleinsatzplanung 8. Grundlegende Kundenserviceanfragen Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu bedenken. 1. Menschlicher Faktor Gastronomie lebt von persönlicher Interaktion und Gastfreundschaft. Selbst wenn Maschinen viele Aufgaben übernehmen, bleibt der menschliche Touch wichtig für das Gesamterlebnis. 2. Kreativität und Anpassungsfähigkeit Besonders in der gehobenen Gastronomie sind menschliche Kreativität und die Fähigkeit, sich schnell an unvorhergesehene Situationen anzupassen, unerlässlich. 3. Komplexität der Aufgaben Während viele Routineaufgaben automatisiert werden können, gibt es komplexe Situationen, die menschliches Urteilsvermögen erfordern. 4. Kosten der Implementierung Nicht alle Gastronomiebetriebe werden sich hochentwickelte KI- und Robotiksysteme leisten können, insbesondere kleinere Restaurants. 5. Kundenakzeptanz Es bleibt abzuwarten, inwieweit Kunden eine stark automatisierte Gastronomieerfahrung akzeptieren werden. Zusammenfassend würde ich sagen, dass deine These durchaus realistisch ist, was das technische Potenzial angeht. Allerdings wird die tatsächliche Umsetzung wahrscheinlich stark vom Restauranttyp, der Zielgruppe und wirtschaftlichen Faktoren abhängen. Statt einer vollständigen Ersetzung menschlicher Arbeit durch Technologie, ist es wahrscheinlicher, dass wir eine Entwicklung hin zu einer Hybrid-Gastronomie sehen werden, in der Technologie und menschliche Fähigkeiten Hand in Hand gehen, um das bestmögliche Kundenerlebnis zu schaffen. Also ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken. Das war großartig. Vielen Dank für diese aufschlussreichen Antworten. Aber hast du abschließende Gedanken zum Thema künstlicher Intelligenz in der Gastronomie? Abschließend möchte ich sagen, dass KI ein enormes Potenzial hat, die Gastronomiebranche zu verbessern und zu revolutionieren. Von effizienteren Küchen über personalisierte Kundenerlebnisse bis hin zu nachhaltigerem Ressourcenmanagement, die Möglichkeiten sind vielfältig. Allerdings ist es wichtig, dass Gastronomen KI als Werkzeug betrachten, nicht als Allheilmittel. Die menschliche Note, Kreativität, Empathie und persönlicher Service wird immer ein wesentlicher Bestandteil guter Gastronomie bleiben. KI sollte diese Aspekte ergänzen und verstärken, nicht ersetzen. Ich ermutige Gastronomen, offen für KI-Lösungen zu sein, aber auch kritisch zu prüfen, was für ihr spezifisches Geschäft sinnvoll ist. Es geht darum, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der Technologie und menschliche Expertise vereint, um das bestmögliche Erlebnis für Gäste zu schaffen und gleichzeitig ein nachhaltiges, ethisches Geschäftsmodell zu fördern. Yes, meine Lieben, es ist wieder Zeit. Wir sind schon ein bisschen drüber, wir haben uns ein bisschen verquatscht heute. Lieber Claude, ich danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Und ja, du bist mein Gast im Küchenherde-Podcast und mein Gast darf den Küchenherde-Podcast abschließen. Deswegen auch für dich dein letztes Wort. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen bzw. wir kannten uns ja schon, aber dass wir jetzt das erste Mal so richtig miteinander gesprochen haben. Und ich denke, wir haben eine tolle Podcast-Folge aufgenommen. Und jetzt, lieber Claude, du hast das letzte Wort. Du darfst den Küchenherde-Podcast abschließen. Dankeschön. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, in deinem Podcast zur besten Branche der Welt sprechen zu dürfen. Doch bevor ich mich richtig verabschiede, möchte ich allen Hörern und Hörerinnen noch kurz von deiner digitalen Ausbildung erzählen. Da wir beide ja federführend daran arbeiten, kann ich euch da draußen sagen, dass die besten Inhalte zu den Themen Digitalisierung, KI und Robotics drankommen. Nach diesem Kurs, der Kurs wird 2025 veröffentlicht, wisst ihr genau, wie ihr mit den Themen umgehen sollt, was ihr als erstes macht und was alles auf uns zukommt. Perfekt ist dieser Kurs auch für einen auserwählten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, der oder die sich dann um das Thema Digitalisierung im Betrieb kümmert. Zusätzlich gibt es ja auch noch ein Zertifikat für den Lebenslauf. Also, seid gespannt. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen eine schöne Woche und bis bald. Macht Idiot!